Die Anti-Panztermine kommen Irgendwo hinlegen, aber ich weiß noch nicht wo Ich hab überhaupt keine Ahnung wie man die legt Gehen die? Nein Keine Ahnung wie dies geht Da drin ist einer Feindkontakt Neuner? Gehen sie Gehen sie Keine Ahnung Hinten im Lauger. Wie jetzt? Nichts mehr da? Das ist schlecht. Warte ist doch erinnert. Ist doch hinten draußen einer. Nein, da gehts doch nur Mausi, oder? Nein, da gehts nur Mausi. Wo ist der dritte Mon? Folgt mir! Klar doch, klar doch! Eine. Da ist der zweite. Und der dritte. Wo ist er denn? Er hängt da drinnen. Folgt mir! Ja! So, jetzt hat's. Kommt jetzt. Jetzt hat's. Jetzt werden wir oben schauen. Halt da mal noch was. Panzerfaust. Dann müssen wir eine Knaller wegwerfen. Am besten die da. Halt, Munition für den Karabiner brauchen wir ja gar nicht. Ohne nehmen wir mit. Jetzt geh weg. Sprengstoff. Sprengstoff. Können wir denn da irgendwie legen? Knick. Knick. Oder sprengen wir die Fahrzeuge in die Luft. Zur Sicherheit. Bei Soja kann es nicht kommen. Hier bleiben! Dann müssen wir mal speichern. Das ist da weg. So. Ohne ne nimm mal miet. Man muss denn hier. folgt mir nützt, gehen wir da führe ich rot aus, genau kommt der da brennt licht ist doch einer da na oder, senk du dich rein gut, jetzt sind wir auf der Straße da hinten darf keiner kommen das heißt sie müssen da vorbei und da die song position halten und einer kommt mit und zwei na, der da kommt mit folgt mir zwei bleiben da und wir schauen mal da hinten und zwar da auf oha das ist nicht gut das ist ein Tigerpanzer da brennt licht geh mit geh mit feind feind das war nix das ist gar nicht gut wenn die da kommen position halten was machen wir jetzt jetzt wenn sie da bleiben dann werden sie wahrscheinlich alle sterben dann werden sie wahrscheinlich da da